willkommen zur neuesten gewaltig größen supermann party lassen mich euch zeigen auf welch schönen spielbereitern ihr diesmal auf die jagd den superstar rum geht ein duftig süßer wunderwald erwartet euch in einem riesengroßen schlummerer was wohl wenn ihr wiggler weckt zunächst ist ein paradies in der see der ein vokan die party erbeben lässt wege die sich winden ebb und flut die alles verändern mit vollgas weiter auf die prächtige das parkour zieht auf heißen reifen blitzschnell eure runden ein shopping palace schöner als jener andere heißt auch freut tremmen zu neuen etagen voll kolossalen koppeln los loszupeilen na 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 wer wäre denn als überstürzen ein spielbrett spaß ist zwar das schönste was schönes war brandneue mode gibt es obendrein hier ist die rhythmus küche hier kommt ihr mit takt und talent auf flatterflüge in den blauen himmel die paragopa flückschule wartet wer gern mit anpackt kann in der torfabrik trickreich tüchtige teamarbeit beweisen wer schnellen spielspaß und purwills sollte sofort am mini spielhafen ablegen da was haben wir denn hier was h was hart eurer wohl an diesen finsteren fleck na schon die party die laune ganz klar sagt ich liebe zu passen werter bereitet euch in die vorlinie zu ja alle sind bereit es glaube ich mir als bekannte frische gesichter mit euch erst wird die party bunt und mit verlaub mit einer wenigkeit mit meiner wenigkeit denn ich kam eben diesmal eurer party und wisst ihr was nun sorge ich für die extra prise abrakamek abrakamek wir können sogar mit brosa spielen und eine mickre magi koopa wird trug browser der titanische der wüste wüterig wohl erwartet das bleibt erstmal geheim liebe leute der spaß kann begehen seit ihr soweit dann lasst einen daumen oben da dann auf zur neuen mario party zur größten mario party nämlich so super mario party jamboree welches am 17 10 24 erschienen ist drücke l und r direkt mit joycons am start mit neuen joycons basti ja einer aber das sind alle charaktere mega paulinien müssen wir noch irgendwie freischalten ich mache mal zufall mal schauen was kommt aber er mal will ich nicht ich nehme große alter kommen netzko könig der kuba kann auf der party platze ich bin dort meines zeichens party konnte ich und inforgeber hierzu ist ein kurzer überblick über all die tollen platze sagen jeder spaß los geht wir stehen hier auf der party plaza ausgangspunkt für alle aktivitäten der plaza verrate ich später das wichtigste zuerst der heizschlupper lang hinter mir wartet auf begeisterte party freunde nix wie rein dann verrate ich mehr nein will ich nicht aber wir können hier direkt auch anders bin eben noch nicht und wir können auch mal hier nicht umlaufen wir müssen hier sogar als erstes rein mal schauen wo die reisen geht die partie spielt sich auf vielen bunten inseln ab spaß und spannung aller arten garantiert hier in aller kürze ein paar infos zu jedem unser inselchen als erstes hätten wir wer hätte es gedacht die insel auf der mario party gespielt wird allerlei spielbretter warten wer gewinnt wer wird der superstar hier dreht sich alles ums spielbrett spaß als nächstes hätten wir hier die schöne bewegungsinsel bewegungsminispiele bezummen abwinge die allein oder gemeinsam mit freunden und die einem dracon in der hand gespielt werden hier sieht es grimmig aus oder ja das liegt daran dass hier die burser herausforderungen warten acht spieler personen auf einmal drückt burser zu besiegen oder schnüren die laufschuhe und bestreiten rennen mit 20 teilnehmern das wird auch geil hätten wir noch unsere lauschige mähspiel haben der mähspiel lebt ist hier richtig sonniger spiel spiel spaß auf allerlei arten mit auch jeder etwas findet ja merkt es war schon ausschauen und bleibt nur die quali der wahl auf welchen insel es losgehen soll wenn es einfacher fällt hätte ich hier eine praktische inselkarte auf der all unsere vergnügungskarte angeführt sind ok das ist zentral gelegen von dort aus so ballon aufgibt auch gestartet kann man jetzt sollten sich dort aufhalten aber er ist sehr im stress wegen der party verbreiten frage mich auch mal ihnen wohl dabei helfen könnte ja vielleicht teile hin zum schauen gibt es dort auch und sogar online party mit freunden lassen sich von der party platze ausgestreckt bei wenig tropen sonne werden wir strengen blablabla und wer und weiter geht so weiter wir wollen anfangen wir werden auch natürlich jeden modi einmal spielen wir gehen wir haben mit party platz sagen gegen computer weltweit vielleicht normal mal schauen da regeln noch drei arten von feldern blaue rote und grüne ok kennen wir schon gibt mir spiel aber mal genau 10 32 minzen gewinnen ok sonst müssen einstellen denn nun gibt es ja wie das neue shambory partner dann helfen wir hier auf ganz eigene weise joshik an kopiert eignen zwei gegner an denen du vorbeiziehst ok man sagen darf man mit einem jamboy partner gleich zwei mal machen zwei sterne ok erscheinen manchmal auf den brettern nix zu heben nur um sie für dich zu wählen musst du ein mitspiel gegen die anderen gewinnen aber das ist ja nochmal interessant man kriege nicht direkt wer zuerst da ist und das mitspiel startet hat einen vorteil eine zahlt sich aus ok kann man kleinen versprung im mitspielern es waren die regeln ok ja dann mega weg lass lecker weit haben wir hier gumbo lagone vier sterne hier sind hier aufgestellung diesen drei stelle neu aber zwei bretter fehlen noch wenn wir wahrscheinlich noch freischalten stufen wenn man gespielt option normal schwach einzeln will oder wir lassen oder stark auf normal erst mal tempo die man festgelegt wie schnell sich gegner spieler über das spielbild bewegen ja mal schau schnell startvorteil aus ja let's go 10 runden hier 15 20 30 10 runden eine und halb stunde ich glaube nicht dass es zu lange dauern ich mache mal 15 für den anfang ok jetzt schauen mal ein bewegungsminspiel werden mit einem joycon spiel spiel kontrolle einstellen ändern ja nein 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 warte moment ich wollte nein ich wollte den linken zurück zurück nein mal los los also wir gehen zurück jetzt habe ich den joycon 15 runden ich würde gerne mit joycon spielen die wegungssteuerung ok 10 minuten machen wir jetzt auch rum ich würde eigentlich den linken joycon egal okay weg lang da war irgendwas mit rohnlicher oder so ok auf dem weg kann man auch stehen bleiben wir kommen hier entscheidet sich wer bei euch zum passag gekürt wird wird zum ersten mal ja ein post in dem ein riesiger wickler friedlich schlummer süße dürfte ziehen durch die wippeln hier halten sogar piranha pflanzen gerne schläfchen wird so ein fünf jahr auf weg wird er sicher sauer der hiesige ohne dient der erzeugung vieler süßigkeiten dabei hilft ihnen zu erinnern wird mit münzen belohnt ok ein stern schade kann auf mega wickler spazieren aber vorsicht manchmal wird er sauer und laut ein stück weiter eine spielbrett runde abschließt erhält münzen berücksichtigt bei eurer strategien in ordnung zu kein folge auf es halten kann man schneller hinzu ok oder nach oben schlagen als drittes jahr ok wir treten noch gegen drei weibaren sehr interessant mal zeigen mal der erste stern also soweit oben müssen links wie ich sehe dann noch mal nach oben meinem honig vorbei man zum stern ok halbe spielbrettchen laufen 20 münzen ich werde auf jeden fall alle 15 erstmal durchspielen dann gucken wie groß auf aufnahme ist 15 1 1 1 2 stunden mal schauen ob ich da wirklich so lange brauche komm gerne block bin ich ja echt mal gespannt ich freue mich jetzt richtig frage ich jetzt nur habe ich die steuerung an party regeln hier habe ich leckerwald tipps die glocke gibt es sogar noch aber wir werden sehen ob ich ein spiel kommen und sonst dann im nächsten dritt was ok oben links anzahl der pelder man kann dann da lang kann haben sozusagen abkürzen der tipp party neuling erfolge das ist mega 4 21 feld euch weibern zeige ich es aber unten wird sogar die reihenfolge angezeigt danach kommt ein mini spiel dann ist wieder roselina daisy basse todet und emots haben sogar kennen wir das schon und sparsen danke erst im spiel besser block ok warum mit den blöcken eine brücke über die laberwelle 2 2 den selben block erhält ihn keiner ach so ok alles klar stadt mal rein wir üben auch nicht lange herum sowohl jetzt bleibt es ein bisschen spannend ich nehme mal nach rechts natürlich so glück sei alle wollten das haben im unten kommt da habe ich jetzt so zwei blöcke jo ad sie kommt noch nicht rüber ok man muss weg bauen ich brauche jetzt oben einzige möglichkeit ist jetzt nah links hier ja easy ja easy ich nehme das untere oben wäre geil ah scheiße hätte daisy auch nicht bekommen mit ich brauche schon das jetzt nach links den 5er block ok jetzt habe ich wenigstens zwei möglichkeiten oberen weg oder in der mitte ah glückssache nur her das dauert dann frisch ach rosalina wir alle wollten da so einen geil baumann riesig und drei felder nach rechts ach so was passt da gar nicht ein scheiße ich stehe jetzt ganz oben das wenn soll ich mich bekommen ist klar dann zieht sich das in die länge das obere reicht doch schon erstes mitgespiel gewonnen hier guter start ja ja let's go erfolg erste mitgespiel gewonnen aber mal schauen dann am ende welche erfolge wir wirklich schaffen man kann sich die bestimmte auch eben anschauen auf jeden fall gespeichert ist auch gut da kann man jederzeit weiterspielen hallo danke tschüss jetzt verrat die gehen natürlich dann rechts über den wiggler ist es kürzer auf versteckter block komm direkt wie wir es können ein stern mega mega betrug hier schon von anfang an genau wie damals bei mario party 2 und 3 auch erste runde direkt festgekommen mit einem stern gerne mal anschauen aufgenaue gibt es mehr mario party zu sehen ich muss jetzt nach vorne kommen ja wenn du da stehen bleibt und der wiggler bewegt dann kommt da nicht rüber da jetzt glocke ok einmal ausrufe zeichnen aber wir können auch vorspielen wenn wir da jetzt nicht abkürzen müssen dann links lang von nach oben geht es dann runter nach rechts ok sehr interessant ja mega 6 einkaufen gerne doppelwürfel wiggler lässt mädel wiggler seite wechseln kann man sich auch so nicht zahlen setze ich auf ein anderes feld wenn es geht seine überraschung was hier laden box man lauf box versetzt sich gleich vor allem an welcher mal das wird bestimmt dazu bei lassen mehrere leben okay fünf münzen her let's go erstes item gibt es keins kein erfolg okay vielleicht mehrere so drei münzen ist auch wenig ich gehe mal hier 15 runden wenn wir in drei folgen schaffen aber ich werde das jetzt komplett aufnehmen dann teilen schauen wir dann das nächste ereignis fällt piranierpflanze klaut münzen vier mehr waren auch nicht piranier platz wollte eigentlich mehr münzen als du hattest also hat sie sich alle geschnallt piranierpflanze ist gewachsen den nächsten spieler der hier landet wird sie sechs münzen klauen vorher waren es fünf oh die alte doppelte anzahl cool münzen ja hurra plattform chaos krabbel trampoline verstehe die dauerhilfpartie okay nicht auf eine stacheln alles klar start die gegner nerven ja richtig die schweizer alle weg muss das auch noch so fett da wingo trotz bin ich ist auf kopf gesprungen auf vier münzen so verloren haben wir jetzt auch nichts da gibt es auch stimmts habe ich mal ausprobiert red schweizer schräg herrte habe auf x und a ist nix y ist bravo und dann auch b nach links hier ist o w okay ach hier ist hurra r und l oder sls r z l z r ist gar nix und taumia das ist klar das war jetzt bravo 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 ist der sterne wir werden auch hurra hallo hatten wir okay also shortcuts von emojis okay man muss ein bestimmtes augen kriegt man und dort zweimal daraus zwei schmerzen dann noch ein bisschen zwei mal schaffen und das kombin aus und das war sogar gute 22 was genau mehr die schon beim stellen gleich wir brauchen 17 bis zum stern zwei würfeln sollte ausreichen mal schauen ja so nicht pass 7 browser geht auf baunersfeld das ist auch klassiker irgendwie kein klassiker weil es sowas gab noch nicht druck browser sind deine tränen drüben bereits da sollten sie auch sein wenn du auf einen browser fällt kannst revolution wäre geil dann hätten wir alle verloren münchen von dir mal schauen geht es aber am ende aus den bundessterne am meisten auf unser fett gelandet bei ergangsfeld hat mir jetzt alle die glocke piranha pflanze im tonig halt im feld cool item mini spiel schade dass wir jetzt nicht sehen was für mich wäre es aber auch gut wird abgekürzt gehen let's go weiter geht's 1 gegen 3 platzis geld plus haben wir damit münzen sammeln ja cool war gericht halten frage ich jetzt ob ich das jetzt eingestellt habe mit joy con irgendwas einer verlenken nach vorne nach hinten abbremsen die münzen erscheinen nicht nach und nach einmal ok verstanden er wird ja noch nicht zu schnell mega nur münzen ich könnte wahrscheinlich auch schnell also sein ok kommt alle 6 sind gerade jetzt irgendwie voll sinnlos gewesen weil alle das gleiche kriegen keinen vorteil nachteil aber das finde ich auch so interessant gemacht basti platz 4 ändert sich noch sind noch 12 runden kommt auch nicht vorwärts ja genau das brauchte ich eben aber wenn man hier ein maut jetzt auch so hat kann man direkt wieder hier in das meni rein oder auf diesen glück ups aktuell dass sie geschäft und comic müssen clown oder stern stellen kostet 50 münzen nirg ich habe nichts gesehen es wird geflogen wieder angekommen ok bucho gibt es auch nirg 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 drei große ich gehe rechts und wieder kummer die panne im münchen ich kenne wieso kein stellen aus dem blog 3 abwürfe gibt es auch noch gerne ok 6 münchen ist nicht so gut scheiß pfeife ich hasse die hauptsache wegen der kran hat schuld wir sind zehn die verlierer kriegen nix wegen müssen wir ausweichen vorwärtsgang wäre ich da oben hätte ich gewonnen das war es das war es noch nicht ich war der falle scheiße ich glaube die schaffen das gewinnen wenn sie nix machen fast nix gewonnen ich habe gewonnen ok oh er ist der jamboree partner pp wo sein für pp sterne koste nur die hälfte man kann sogar dann zwei auf einmal koppeln 2 für 20 mega torsett ist da am nächsten der russerl hier komm nicht vorwärts 1 1 1 1 wer am wenigsten gelaufen ist kriegt einen stern vielleicht mit bonus sterne gibt es ja bestimmt viele auf rot gelandet äh ausrufe zeichen minispiel gewonnen Münchstern vielleicht am weitesten gelaufen wir am wenigsten gelaufen items gekauft vielleicht ich könnte darunter moment dann komme ich zur pizza ja mega einfällt vor peach mal nice geh ich hin wenn man da drauf stehen bleibt und dass der sich bewegt hat man pech eigentlich wollte da oben den laden besuchen aber ok vielleicht kommt ja so direkt gibt es sowas wie nur umgekehrt würfel klar von rosalina daisy platz eins die computer sind immer so schlau klauen von platz eins was geklaut sind wir müssen wieder kämpfen kalkulierte klopfer komm ok ok springen bewegen die von den rutschigen eischschale hinunter posten ja ich habe gelesen nicht gespielt ja sowas mag ich ja überleben hier jetzt wird es gleich mal heftiger wenn jetzt die zwei oben werden werde ich weg in der mittig stehe nein 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 jetzt ja mal gewinnen ist gut die haben kriegen da auch aufmützen ja an dieser stelle bin ich ja heute hier die folge die ersten verkommen sind gespielt ziemlich lang geworden aber beim nächsten mal geht es auch schon weiter nächsten fünf wohnen zeit also gespart bis dahin bedanke ich jetzt für zuschauen ich bin mein passiv bleib im chat und ciao